Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem braunen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 116 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester 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 B